Eisenbahnen und Radiotechnik, nur hier bei Bergermax. Wir schreiben den 25. November 2023 und befinden uns im Bahnhof von Stendal und warten auf den Intercity 143 von Amsterdam nach Berlin-Ostbahnhof. Der Grund für unsere Reise ist das Ausscheinen der Bordbistros in den Intercitys von DB Fernverkehr ab Fahrplanwechsel 2023. Diese werden leider ersatzlos gestrichen. Fahren wir also mit in einem der noch verbliebenen AR-KIMMBZ-Wagen. Wir haben den Wagen mit der laufenden Nummer 508-9 erwischt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihren Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ihr seht, haben wir den Zielbahnhof erreicht, Berlin-Ostbahnhof und damit verabschiede ich mich auch und auch die wunderschönen Bordbistos in den Intercity-Zügen der Deutschen Bahn. Hoffen wir mal, dass einige Exemplare vielleicht noch bei Privatbahnen erhalten bleiben und weiterhin im Einsatz bleiben.